folgt dem verdächtigen wie sitzt der verdächtige dem da durchgangstor keine ahnung wen die jetzt meinen ich keine ahnung kein text sagt ihr eine chiffre erdacht um euch zum drachengeschmiedeten zu führen ich verstehe wenn dieser man die wahrheit spricht und unsterblich ist dann ist es möglich dass er auch seine gnaden damals führte wenn dem so ist sind seine worte der grössten beachtung wert her trifft ihn so bald als möglich ist euch das glück holt wird er vielleicht euch zum sieg führen so es wäre mir eine ehre euch mit dem gegenwärtigen aufgaben der lindwurmjagd vertraut zu machen weil im augenblick nichts natürlich gewiss habt ihr noch vorbereitungen zu treffen bevor ihr euch euren pflichten widmen könnt lasst es mich wissen wenn ihr bereit seid so wir sind stufe 21 nein das muss ich anders einsehen das ist die chronik ah das ist das status rang 4 von 9 disziplinpunkte 5372 ja da können wir wieder und dann auftragen schattenjagd ihr habt eine verdächtige person entdeckt heftet euch an ihre fersen und versucht unentdeckt zu bleiben keine ahnung wo die hin ist schattenwölfe die schauen wir mal uns genauer an wir haben einige schon erlegt also viel viel nicht mehr das sind die weissen wölfe also wenn wir nochmals in die richtung hingehen wo wir hergekommen sind passt das ungefähr so einmal runter alter das quietschen das ist so und ich soll in der stadt ja nicht die waffe gezogen halten weil das verunsichert die bürger also jetzt muss ich da zum gasthaus das wäre meinte ich der gewesen jup das überrascht mich nicht wenn man bedenkt dass ihr die stadt mit dem haupt einer hydra im schlepptau erreicht habt jup ich möchte Fertigkeiten Fertigkeiten erlernen so tiefer schnitt eiskonter flammenkonter donnerkonter dämonstücke hartnäckigkeit halbiert den verbrauchte außer wenn ihr angriffe mit dem schild abwehrt peripherie verbessert das stehvermögen wenn angriffe mit dem schild abgewährt werden standhaftigkeit vermindert den durch physische angriffen erlittenen schaden fuck das ist geil gefährliches siegel erzeugt ein magisches siegel dessen zerstörerische energie sich entfaltet wenn sich ihm ein gegner nähert die klinge beschreibt einen grossen bogen schleudert leichtgewichte das wäre halt eine verbesserte form also verbesserungen nehmen wir gerne den würde ich auch gerne nehmen das siegel ich würde mal zuerst den flammenkonter noch nehmen dämonstücke ich würde ich würde ich würde ich würde kontrollierter Fall zurückwerfen die vorgeschriebene Form einer Grundfertigkeit die Attacken auf den Angreifer zurückwerfen nehme ich Levitation Fähigkeiten Kamin des Grauens der Kollege Eis Mauer Levitation Überzeugung Nehmen wir das mal dann Necromantie Zauber der Lehrer giftiges Miasma umgibt den Anwender mit den Seelenverstorbenen die ihm bei Angriffen und Verteidigung vorübergehend helfen Erzeugt ein magisches Siegel das die geschwächten Attribute aller Eintretenen auf den Ursprungswert setzt Giftiges Miasma eine verbesserte Form von Miasma Trägheit erzeugt einen bestimmten Ort einen magischen Nebel der Gegner beim Betreten erlahmen lässt Eintrüben Ich würde eine erweiterte Form eine erweiterte Form giftiges Miasma Necromantie Necromantie werde ich sehen und dann noch das dann haben wir ziemlich viel und jetzt hier also der Gunst des Feuers genau das passt soweit dann Gunst des Eises und da Gunst des Donners Gunst des Feuer Gunst giftiges Miasma würde ich hier noch machen genau dann hat man zweimal Waffenverzauberung da würde ich zuerst und dann Kamin des Grauens genau da muss ich zuerst mal leer machen damit ich also erste Bewusstsein wenn den durch magische Angriffe erlittenen Schaden beträchtlich die nehmen wir Gleichmut erhöht die Magie an der Schwelle zum Tod Vermittlung verringert den gesammelten Schaden wenn der Anwender durch die 5 Erzmagien geschwächt wurde versteckt die magische Angriffe mit dem Gegner niedergestreckt werden das auf jeden Fall Seeligkeit erhöht die Dauer der Wirksamkeit von heilender Magie Unheilabwender vermindert durch magische Angriffe erlittener Schaden Überzeugung ermöglicht es für Gegenstände und Ausrüstungsteile höhere Preise auszuhandeln verringert den angesammelten Schaden wenn der Anwender durch die 5 Erzmagien geschwächt wurde Machen wir Gleichmut Unheil überzeugen Vermittlung und da noch überzeugen so ja und bei mir Schwert Leer 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 Jetzt Explosionsstoss Tiefer Schnitt Himmelslanze Hauerschleuder Tiefer Schnitt Ein verbessert grosser Schnitt Der Anwender kann sich währenddessen nach links oder rechts zurückfallen lassen den würde ich mit dem tauschen Ja Einige Antwort Flammender Konter Netzfertigkeiten Fähigkeiten Ich habe nur 4 Da habe ich nur 3 Kamin Ja Brauche ich nicht weil ich ja nicht den Stab habe Ja Mal weggehen Verwaltung des Lagers Was ist Einlager entnehmen kombinieren Kann man Futterbohne Geringen Mass Kombinieren Wie das Ganze einfach wird mit flüssiger Elan Kann man mal machen Gabe des Mutes Eine einzige medizinische Mixtur welche die Abwehr vollständig wiederherstellt Truinen Pilze Nein Ein Gegenstand von Marvin benutzt um etwas Unbekanntes zu erschaffen Ah ok Ölpfeil Um etwas Unbekanntes herzustellen Ich würde eher da mal das machen Ok Balsam Rauchwerk Wolkenscheid wird mit einem Gegenstand aus dem Lager hergestellt Duftwasser Wolkenwein Duftwasser Und was wird da raus Würde ich eher weniger so kombinieren Getrocknete Kräuter Mal sehen was das dann draus wird Nackenfettböde Was mache ich mit den Nüssen Handwerksmaterialien Altstein Erzkrumpen Ausrüstung wechseln möchte ich eigentlich nicht aber wir würden mal bis zum Morgen dass wir auch mal wieder nach langer Zeit eine wirkliche Rast haben Gut Wow Mal schauen Kaufen Tausend Kämpfer Ja Ja Holzwand wäre immer noch das das gleiche Blüte der Wahl Gleis und Kamin Verhängnis Das wäre Minus das wäre Plus Stärke Ja wieso nicht Da gehören der Helm Uh Ja wieso nicht Da müssen wir Waffenrock Eher weniger bis jetzt Ab wir Nicht gerade wirklich was dabei Außer den hier Ketten Panzer Magische Abwehr Silber Red Warten Mal Abbrechen Ja Transaktion Abbrechen Kaufen Ich würde für den Kollegen Schlichter Magier Stab Graham Horn Oh Ja Tiara Plus 4 Magie Nee 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 Sehe ich Nicht Gelehrten Ja Das würde sogar noch ziemlich gut zusammenpassen um ehrlich zu sein Also ein wenig durchschauen Ja geht jetzt Ich sehe jetzt Ich Ich warte mal kurz Es gibt ja einen der Jetzt muss ich da bei der Karte mal schauen wo der ist Und zwar muss ich den Gang durch gehen Also Also hier Weil dann schauen wir mal auf dem Schwarzmarkt was dort vielleicht ein bisschen bessere Sachen noch hat Sind zwar Schweine teuer Aber mal schauen Jetzt meinte ich hier und dann rechts und links Rechts Links Genau Dann sind wir hier Hallo So Kaufen Reisestein Sichelhammer So Jetzt der Kollege Braucht wahnsinnig viel Kohle Macht der Legion Wolfsfang Da müssen wir noch sparen Der wäre Also wenn dann Wir müssen Ich habe das Gefühl hier ist irgendwie Hermäus Mora ein wenig beteiligt Hildenkapuze Altes Diadem Lindwurm Drachenpuls Pidendamo Kamesin rote Jacke Wäre weniger gut Alterwürdige Robe Nein Nein Wieso kannst du das tragen als Erzmagier Okay Wahrscheinlich schon das Beste ne Das dürfte wahrscheinlich schon das Beste sein Was Wir Schon gut schon gut Dann würde ich eher Sachen einfach mal verkaufen damit wir sie verkauft haben damit wir Geld haben auch wenn wir 170.000 haben aber wir müssen noch 10 Millionen haben plus haben wir da den Schwarzmarkt ja genau den Schwarzmarkt mit doch ein paar geilen Sachen die vor allem in erster Linie auch richtig geil aussehen die ich gerne haben möchte und ich verkaufe jetzt einfach mal Sachen die ich verkaufen verkaufen sonstiges Lazarus Splitter nein den Kriegshörner brauche ich Suche Medallion Banner Federkiel so gibt schon mal 4000 da haben wir sehe ich jetzt nicht so weg mit dem da der Kollege hat der was zum verkaufen Angelpose oder Posse eher weniger so so du bevor das schlecht wird dann 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 so so und jetzt noch beim letzten gut die Sachen verkaufe ich nicht was sie an wer ist ah das ist das Lager wait a moment ich habe ich muss jetzt kurz ja mal weg gehen äh ich muss kurz raus toppen weil ich wieder natürlich den Shortcut nicht raus genommen habe bis jetzt und das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern bis ich den mal draussen habe nein so rein was habe ich da bitte im Lager verwalten des Lagers entnehmen woher woher habe ich das bitte non habet königengewand damenwender tracht priestergewand hold hold dann ich ich nehme das einfach mal kurz mit ausrüstung wechseln was habe ich dem priestergewand ja das ist sieht nice aus sehr nice sogar sieht auch nice aus dann würde ich fast ausrüsten ja da jetzt einmal den geben was bringt mir der 348 ja 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 kann man machen jetzt haben wir einen Bijou ja okay ähm ja dann würde ich mal so gehen das wieder einlagen was wir die spezielleren sachen also das hier und das hier das hier die würde ich einlagern weil wenn wenn ich da mal wieder irgendwas spiele dann hätte ich die schon mal so und das einlagern das einlagern das einlagern das einlagern ein einlagern einlagern so weggehen 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 ja ja es sieht geil aus jetzt mal schauen ob wir die noch ein wenig aufwerten können verbessern mal stufe eins ja garnitur fremdländische messer schreckenslord emblem ja das können wir sicher priester gewonnen so dann amulett des eroberers so weggehen hast du einfach zur auswahl wenn du meinen charakter hast du einfach da den priester ja okay ja wieso nicht mal eine zeitlang so so umher ziehen dann möchten wir jetzt die Stadt verlassen und mal aber wieso habe ich das das ist die Frage habe ich irgendwie so eine Special Edition gekauft die das schon mit drin hat und die das hat das das